Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Session Grid Syndicate und wir sind wieder hier in unserem kleinen Dorf oder keine Stadt und suchen unseren ersten Auftrag. So, da ist eine Kiste. Oh mein Gott, hier hat so viele Schätze noch. Das Gebiet, das wir noch nicht ausgekundschaften hatten. Ich würde sagen, wir holen uns mal die Kiste in dieser Gegend. Oh, Entschuldigung, das musste sein. Wir können die Typen auch nicht hier rumstehen oder rumlaufen lassen, das war zu gefährlich. Na ja, mach doch mal was. Wir gehen uns eh nicht. Wir sind viel zu schnell weg. F. Okay, jetzt kann es ein bisschen hektisch werden. F. Äh, warte mal, Kontra. E. 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 Deckung, E. Dann haben wir. Kontra. So. So, alles richtig gemacht. Die, äh, wir stehen, die liegen. Boah, ich denke, wieder, wieder früher hier, ja, Mörder. Ach, die ruhen sich so aus. Ja, 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 ich gehe schon mal. Meine Güte, wie ist diese Hekte hier? In der Wache? Okay. Was kriegst du da oben? Guck mal da hin. Ähm. Okay, Moment mal. Bestens hoch. Ach, was? Zu glatt oder wie? Gibt's das? Okay, so aber. Das Gegner? Nö. Okay, ähm. Hä? Ach, die scheint immer noch vom Mörder und so. Oh, ey. Unglaublich. So, sehr gut. Da war hier ein, ein Helix, das wir übersehen haben, bei der Jagd. Eben diese Sammler-Quest nebenbei. Ich weiß, aber irgendwie macht ja verdammt Spaß ja alles zusammen. Oh weh, was? Das ist ein Wegpunkt schon. Das ist gar kein Wegpunkt. Ich dachte schon, das wäre jetzt hier ein Punkt, um hoch zu gehen. Oh, ich dachte schon, das wäre jetzt hier ein Punkt, um hoch zu gehen. Ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Ich weiß nicht, wie wir sehen haben. Ich weiß nicht, was wir sehen haben, oder? Ich weiß nicht, was wir sehen haben. Ähm. sehr gut wie schade ich den sensor nicht einstellen kann während ich renne so hier müsste das jetzt sein wahrscheinlich drinnen irgendwie hm das ist dahinter ok wir müssen über das haus oh was wir haben acht fähigkeit das ist aber ein bisschen heftig weil welche haben wir eigentlich inzwischen fertig oder sechs das wirklich schon machen einen haben wir getötet aber es sind immer noch ein paar da der ist innen der ist innen das hat er bei sich das hält es minimal ok da ist ein sperr mit dem sperr müssen wir sich immer töten ist er im haus drin oder ist er auf der straße ich sehe nicht so nicht verdammt sie sehen so nicht verdammt oder so ich glaube der ruft kein stärker mehr der auch nicht ist sehr gut wir haben noch drei messer was zum teufel jetzt geht's los ok event wo wer ist die aber hin auch glück gehabt hier hier noch einer die haben wir getötet ok ok da wir müssen einen töten noch gut dann schauen wir mal wo am stockwerk wo sind diese dokumenten noch zum verbrennen sind oh ich dachte schon kommt der kommt ziel so jetzt haben wir keine messer mehr vielleicht hat er einen von denen noch ein messer dabei den kann ich nicht ausrauben ach so war ich den getötet und ausgeraubt habe so ähm sie fragen wo sind denn die Dokumente ne stiffer ist ein flanker hm ich habe noch Gegner hier noch ein Gegner irgendwo hier sind die Dokumente aber nicht in diesem haus wo ist ist mich verarschen der letzte der da ist der letzte ist hier oben ich glaube es nicht ein Vorsprung kill ok Dokumente habe ich nicht gefunden in der Zeit aber egal so und hier gibt es noch einiges an Kisten die hier zu holen sind fähigkeitspunkte halten wir haben sechs fähigkeitspunkte ok was können wir dafür lernen zu unserer Generation schlecht eigentlich wenn sie alle schlecht eigentlich das aber geil kaufen und gleich das nächste auch noch gleich noch doppelt so viel Messer tragen können weil ich lieb die wurfmeister von Ibi ok haben wir noch ein fähigkeitspunkt haben wir gerade ein level up gemacht ne ja tatsächlich wir haben schon eingesetzt ok ähm gut jetzt müssen die sich noch in der Kiste sein schon hier um die Ecke irgendwie im Haus drin oder wie schauen wir mal ob die hier draußen steht die Kiste die ist aber auch drin ok die scheint sogar wir sind dran vorbeigelaufen ne tatsächlich hier ist einer so ok die andere Kiste die muss eigentlich im Haus drin sein rein theoretisch hier oben vermutlich vermutlich genau entschuldige sehr schön gut dann hätten wir es auch mal und dann würde ich sagen hoffen wir uns dieses Ding auch gleich wenn wir schon hier sind müssen ja hier drüben wo sein in der Nähe ist es hier drüben oder ist es auf der anderen Seite auf der anderen Seite natürlich oder hier aha ach hm 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 schauen wir mal was haben wir genauer an wo ist die Sitz wo ist die Sitz sch colonel So, Entschuldigung, das muss jetzt auch sein, das ist Helix, ja, 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 sie hätten das auch gemacht, wenn sie in meiner Stelle gewesen wären. Hmm, ich denke, ich muss ein Omen, das Backe, ja, 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 okay, das haben wir, okay, da ist was rotes gerade aufgeploppt, auf der unterseite, ähm, sieht uns das, gehen wir runter besser, oder von Stange zu Stange, ja, immer hoch, in diese Richtung, äh, okay, ich sage es in diese Richtung, üben, aber es gibt doch hier auch immer noch diese Spieluhren, Wofür, die haben ja auch fast noch keine gefunden, ich habe gerade einen, okay, 55 Meter, das ist Helix, okay, hier muss es gleich sein, hier ist es, ja, sowas hat müssen wir es kriegen, nein, verarschen, wir haben es verfehlt, so, jetzt aber, wir fehlen es immer noch, hier hoch halt, in diesem Winkler hat es dann reichen eigentlich, so, jetzt aber, na, geht doch, so, ihr Peer gibt es nämlich auch, so, dann haben wir hier noch eine gepresste Blut, wieso haben wir hier eigentlich noch Orte, die nicht, ähm, befreit sind, das ist ja Level 8, und das mal gar nicht befreien hier, na komm, kann ja nur schief gehen, gehen wir jetzt nochmal hin zur Folge, und dann machen wir dann, einen Break und machen die Mission, oder, den Ort, dann in der nächsten Folge, ist schon cool, wenn man hier, über die ganze Stadt hinweg rennen, fliegen kann, wow, ich frage mich jetzt gleich, dass das Spiel in voller Auflösung, die sind meine Achiever aus 10,80, und ich brauche dich, Okay, oh, oh, beija, der Park sieht so ziemlich besetzt aus, Ah! Krass, was habe ich gesehen jetzt? Ja, was habe ich gesehen? Mir fällt gerade sein, ich hätte wohl besser... kurz schauen. Ich hätte besser noch in einem Laden was eingerkauft. Ja, nee, da sind so weit wegs in die Läden. Du wirst mich verarschen. Ich war gerade in der Nähe vom Geschäft. Ähm, okay, das muss aber echt sein. Weil, wenn wir keine... Wenn wir kein Ding haben, keine, ähm... Urfmesser ist das eine schwer. Und wir haben jetzt einen extra großen Beutel gekauft, umso... oh, verdammt, dass wir umso mehr tragen können. Ah ja, komm. Na gut, du beteiligt. In dem Fall, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mir leichter. Wenn es jetzt weitergeht, schalt um dieses Netzwerk ein. Zu Accession Grid Syndicate. Wir werden jetzt kurz zum Einkaufsladen gehen. Uns dort die entsprechenden Wurfmesser kaufen. Und dann werden wir uns nachher hinbegeben, wo wir es gerade waren. Hier waren wir natürlich auch vorhin. Wenn wir gleich zuerst eingegangen wären. Aber ich entscheide mich auf dem Moment. Vielleicht machen wir uns jetzt die Gegend dann in dem Laden. Natürlich auch vor Augen der Möglichkeit. Wir werden es sehen. Bis nächstes Mal. Tschüss. acements αι